Bei LSBoggy, nochmal, ich sag, äh, erstmal einen schönen Sonntag euch. Ja, wir sind heute wieder auf Twitch Live und wenn ihr wollt, könnt gerne vorbeikommen. Der Link wird unter den Videos genannt oder ihr schreibt einfach LSBoggy auf Twitch, dann findet ihr mich schon. Deswegen, ich freu mich auf euch, kommt vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag euch, genießt den Tag noch und wir hören uns. Bis dann, euer Boggy LS19.